Oh, jetzt hocken wir hier und warten. Auf Godot. Auf Godot, ja, fast. Warten auf den CSD, bis er hier vorbeikommt. Man hört doch nichts. Wir sind schon seit drei Stunden unterwegs durch Freiburg. Jetzt ist es zehn nach fünf. Wir warten schon seit drei Stunden. Und die Straße ist auch noch nicht mal gesperrt. Es kann auch dauern. Wir melken uns nach dem elften Bier. Ja, super. Elke, wo ist das Volljahr, oder? Ja, Karte und die Karte sind vorne dran. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Das war's für heute. Wir sind jetzt der übel gebliebenen Mensch. Nein, Alter. Wir haben ein bisschen Power hier. Jawohl. Und Farbe. Und Farbe. Und Farbe. Und Farbe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020